Ja, ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, hier vortragen zu dürfen. Ein großes Publikum und eine wirklich bewundernswerte Zahl von Besuchern, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es jetzt gerade Mittagszeit ist. Also es ist sehr heroisch von Ihnen. Das freut mich, dass das Interesse so groß ist. Wir werden heute ein Thema zusammen diskutieren können, nach meinem einleitenden Vortrag, dessen Titel wahrscheinlich vor zehn oder 15 Jahren irgendetwas zwischen Heiterkeit oder Unverständnis ausgelöst hätte, nämlich die Frage, Kolonialismus, ist die Schweiz eine Drittbrettfahrerin desselben. Das alles ist erst in den letzten Jahren wirklich zu einem Thema der öffentlichen Debatte geworden. Etwas früher ein Thema der wissenschaftlichen Forschung schon. Aber man muss sagen, diese Untersuchungen stecken noch ganz am Anfang. Ich glaube, die beiden letzten Jahre waren entscheidend, um ein öffentliches Interesse, ein öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Frage nicht so absurd ist, wie sie beim ersten Hören vielleicht klingt. Ich glaube, dass es tatsächlich gute Gründe gibt, den Zusammenhang zwischen kolonialer Expansion und kolonialer Ausbeutung in Asien, Afrika, Indischen Ozean, im pazifischen Raum und der Schweiz als politischer und kultureller Entität einmal zu überdenken. Ich glaube, vor allen Dingen die Jahre 2019, 2020 mit der Debatte um Black Lives Matter haben sehr viel dazu beigetragen. Das hat dazu geführt, dass das, was man Steine des hoffentlich Denkanstoßes nennen könnte, nämlich einige Denkmäler im Herzen von mehreren Schweizer Städtern zum Ziel geworden sind von spektakulären Aktionen, wie hier in Neuchâtel, wo die Statue des Philanthropen und Sklavenhändlers David de Puy, ein Sohn der Stadt, der im transatlantischen Dreieckshandel zu seinem beachtlichen Vermögen gelangt ist, rot eingefärbt wurde. Die Gruppe, die dann dafür Verantwortung übernommen hat, wollte das dann auch noch kommentieren. Rot als Symbol für die blutigen Geschäfte, auf denen ein Teil, so das Argument des Schweizer Reichtums basiere. Die Debatte hat weite Kreise gezogen. Es wurden in verschiedenen politischen Gremien Anfragen gestellt. Die Stadt Zürich hat sich bemüht, hier Aufarbeitung zu treiben, hat einen Bericht in Auftrag gegeben, der ebenfalls auf relativ großes Medienecho stieß und der die Verwicklungen, speziell Zürcher Geschäftsleute und Banken, mit dem Sklavenhandel untersuchen sollte und dann vor etwa einem Jahr einer Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Ganze hat dann sogar zu Debatten geführt, die weitere Denkmäler bedrohen. Also auch ein Local Hero wie Alfred Escher, der Unternehmer, läuft nun Gefahr, zumindest hört man allenthalben Forderungen, ihn von seinem Sockel zu stoßen. Nehmen wir das zum Anlass, diese oftmals sehr aufgeladene, teilweise auch polemisch geführte Debatte mit den nüchternen Augen eines Historikers oder einer Historikerin zu betrachten und versuchen der Frage nachzugehen, was ist denn dran an diesem Argument? Also wenn wir die ganze Polemik abziehen, was wissen wir, was können wir gesichert sagen über das Verhältnis Schweiz und Kolonialismus über die Rolle von Schweizerinnen, meistens Schweizer Herren, wie überhaupt koloniale Expansion überwiegend ein Male Business war. Und ich möchte Ihnen heute gewissermaßen einen Forschungsbericht geben, was ist in den letzten 15 Jahren erschienen an Studien, welche verschiedenen Aspekte dieser Beziehungen, dieser Verwicklungen zwischen Schweiz und Kolonialismus können wir, wozu können wir überhaupt gesichert etwas sagen. Und ich möchte das tun nach dieser kurzen Einleitung. Warum brauchen wir einen neuen Blick auf die Schweizer Geschichte, wäre die erste Quizfrage. Die zweite würde dann das Ganze illustrieren, die verschiedenen Themen, die historischen Subdisziplinen, wenn Sie so wollen, die sich bis jetzt bereits damit auseinandergesetzt haben. Was liefern Sie für Ergebnisse? Nach einer kurzen Schlussbemerkung hätten wir dann noch Zeit, darüber zu diskutieren. Die Themenfelder, wie Sie hier sehen, wären Kulturgeschichte, Militärgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte und die Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit. Warum also brauchen wir einen neuen Blick auf die Geschichte der Schweiz? Kolonialismus, was spielt das für eine Rolle in einem Land, das offensichtlich keine Kolonien besaß? Immer wieder diese Reaktion, es ist absurd darüber zu reden, jeder weiß, die Schweiz war keine kolonisierende Macht, gehörte nicht zu Europas großen Imperien. Man hört auch Schweizer Politikerinnen auf öffentlichen Foren ganz mit großem Stolz zu verkünden, dass man weder mit Sklavenhandel noch mit kolonialer Expansion je etwas zu tun gehabt hat. Im Gegenteil, die Reaktionen sind oft so sensibel, gerade weil ein sehr positives Teil des Schweizer Selbstbildnisses berührt wird von solchen Debatten. Man sieht sich im Gegenteil anders als die Usual Suspects, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Deutschland und so weiter, die Kolonialmächte, ist man in der Schweiz stolz auf eine andere Tradition, die einen eben fernhält von dieser schlechten Gesellschaft, indem man Neutralität, humanitäres Engagement als Teil des nationalen Erbes natürlich herauskehren will. Da ist ein Verweis auf Schweizer Verstrickungen in schwarze oder blutige Geschäfte natürlich nicht willkommen. Daher, und das ist interessant, auch in der Wissenschaft, also sehr lange haben Schweizer Historikerinnen und Historiker sich nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt, einmal der Frage nachzugehen, inwieweit gibt es denn tatsächlich substanzielle Beteiligung an diesen Phänomenen. Das ist in den letzten 20 Jahren anders geworden. Es gibt einen Aufbruch in mehreren Universitäten, an denen auch Schweizer und internationale Historikerinnen und Historiker zusammenarbeiten und wir wissen, das wäre die gute Botschaft, sehr viel mehr und sehr viel detaillierter, wie diese Zusammenhänge aussahen, auch wenn noch weitere Forschungen dringend notwendig wären, um wirklich gesicherte Erkenntnisse zu gewinnen. Die Weigerung dieser Auseinandersetzung basiert oft auch erstens darauf, dass man gewohnt ist, Geschichte gewissermaßen in einem nationalstaatlich definierten Container zu betreiben. Die allermeisten Historikerinnen und Historiker in der Schweiz beschäftigen sich mit Schweizer Geschichte und die hört dann meistens an den Grenzen irgendwie auf. Vielleicht nimmt man den Rest von Europa noch dazu, aber die weitere Welt, das ist sehr, sehr, sehr dünn gewesen, was bisher geforscht hat. Wenn, dann ging es um Schweizer Migration nach Nordamerika oder Südamerika und so weiter. Das hat sich ebenfalls geändert. Das hat sich geändert, weil man eine umfassendere Definition von Kolonialismus angenommen hat, in der Forschung zumindest, wenn es auch auf der breiten Ebene nicht durchgesickert ist. Die landläufige Vorstellung, wonach Kolonialismus politische Herrschaft bedeutet und damit die Schweiz aus dem Schneider ist, an dieser Diskussion nicht teilnimmt, ist einer differenzierteren Einsicht gewichen, dass Kolonialismus auch eine natürlich militärische Dimension hat, eine ökonomische Dimension, eine kulturelle Dimension und eine epistemische, das heißt alles, was mit der Produktion von Wissen zu tun hat. Und auf diesen anderen vier Feldern, wie ich dann im Folgenden zu demonstrieren versuche, können wir sehr, sehr wohl das Wirken von Schweizer Akteuren nachweisen. Das geht ein Heier mit einer Erkenntnis, die sich auch in der Imperienforschung so in den letzten 15, 20 Jahren durchzusetzen beginnt. Auch da war die Forschung zum British Empire, zum französischen Empire, zu den holländischen Kolonien oftmals wirklich in einem sehr, sehr engen nationalen Rahmen organisiert. Wir wissen heute, dass diese großen Kolonialreiche sehr viel mehr, wenn Sie so wollen, multinationalen Konzernen gleichen als wirklich nationalstaatlich organisierten Unternehmungen. Ein Beispiel wäre die britische East India Company, wo Sie, wenn Sie schauen, wer hat für die britische East India Company gearbeitet, finden Sie dänische Botaniker, deutsche Forstwirtschaften, also Sie finden fast in gewissen Feldern mehr als ein Drittel von nicht-britischen Akteurinnen und Akteuren, die im Dienste dieser Kompanie als Söldner oftmals in sehr anspruchsvollen Tätigkeiten in der Wissenschaft tätig waren. Ebenfalls weiß man, dass Kolonialismus und Imperien nicht nur immer in dieser deutlichsten Formation einer direkten Herrschaftsübernahme, Kontrolle, man schickt Kanonenboote, erobert das Land, baut Forst und zieht die Flagge auf, passierten, sondern oftmals sind es Mischformen, irgendwelche Formen im Graubereich, die man als Informal Empire oder Indirect Rule bezeichnet. Das heißt, äußerlich bleiben die lokalen Strukturen intakt, de facto ökonomisch als auch durch militärischen Druck hat sich die Macht verschoben hin zu den europäischen Akteuren. Das alles hilft uns, nun unsere Reise zu starten durch diese verschiedenen Aspekte der Schweizer Verwicklung im Kolonialismus. Ich möchte beginnen mit den Ergebnissen der Cultural and Literary Studies, der kulturgeschichtlichen Forschung. Wir haben einige sehr spannende Werke vorliegen mittlerweile, die uns zeigen, wie sehr koloniale Sichtweisen die Alltagskultur und Populärkultur durchdrungen haben. Sie sehen hier also das berühmte Endorf in Altstetten in den 1920er Jahren, ein Publikumsmagnet. Mehr als 70.000 Menschen haben sich diese Ausstellung mit echten lebenden Menschen in ihrem nachgebauten Gral angesehen. Das heißt also bei der damaligen zürcher Bevölkerung ein ganz erklecklicher Anteil und Argumente, das sei nun ein völliges Randphänomen gewesen, sind demnach sehr schwer zu führen. Die Vorstellung eines Schweizer Sonderfalls, eines gewissermaßen nicht berührt sein von dieser europäischen Krankheit des Kolonialismus und Imperialismus, greift also in diesem Falle nicht. Und man konnte sich dort ablichten lassen mit den Menschen aus Asien und Afrika, die sehr marktschreierisch dann in solchen Plakaten, die teilweise weit jenseits der Geschmacksgrenze waren, beworben wurden. Das war also ein Phänomen, dass die Schweiz, das wäre vielleicht die beruhigende Botschaft zu einem völlig regulären Teil von West- und Zentraleuropa macht, wo solche Tourneen in der Regel Stationen machten. In Frankreich, in Deutschland, aber genauso eben auf dem Territorium der Schweiz. Es ist also hier keine Schweizer Sonderrolle, kein Schweizer Sonderweg zu erkennen, beim besten Willen nicht. Es wäre sogar vielleicht noch die Frage zu stellen, warum ist nach 1945 in den meisten anderen europäischen Ländern mit solchen Völkerschauen Schluss, während die letzte dieser Völkerschauen in Zürich im Jahr 1964 stattfindet. Auch da diese Erkenntnis wirft interessante Fragen auf. Ein zweites Element, das ebenfalls sehr großes Interesse gefunden hat in den Cultural Studies, ist die Analyse von dem, was die amerikanische Ethnologin Anne McClintock Commodity Racism nennt, also übersetzt Warenrassismus. Auf scheinbar unschuldig daherkommenden Werbeplakaten oder Verpackungen werden Bilder generiert, die deswegen so gefährlich sind, weil man sie nicht als politische oder irgendwie weltanscheidliche Botschaften erkennt. Sie gewinnen gewissermaßen ein Grad an Natürlichkeit, dass dort stark überzeichnete Afrikaner oder Afrikanerinnen eine Rolle spielen, verursacht wenig Verblüffung, wenn man das Ganze von Kind an gewissermaßen auf dem Frühstückstisch vor sich stehen hatte. Das macht diese Form der Durchdringung des Alltags mit subtilen imperialen, kolonialen und rassistischen Botschaften so ganz besonders gefährlich. Das ist vor allen Dingen dann bei den sogenannten Tropenprodukten wie Kakao, Kaffee und so weiter zu beobachten. Natürlich auch, und das ist keine Schweizer Besonderheit, wir sehen hier die berühmte französische Werbung, die sehr viel Anstoß erregt hat in den letzten Jahren, das ist natürlich in anderen Ländern genauso der Fall. Nur dort gab es früher Debatten darüber, zu welchem Grad man das heute noch akzeptieren kann oder darf. Die wahrscheinlich beste Forschung und der Buchtipp, falls Sie sich dafür interessieren, wäre das Buch meiner Kollegin Patricia Potschat, die eine wunderschöne Monografie vorgelegt hat, in dem sie sehr, sehr viele dieser subtilen Werbebotschaften analysiert, nach allen Regeln der Kunst, mit dem Titel Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert. Kommen wir zu einer sehr viel handgreiflicheren Ebene der Schweizer Beteiligung an kolonialen Unternehmungen, nämlich dem Schweizer Söldnerwesen. Die Tatsache, dass die Schweiz als ein Rekrutierungsgebiet für Söldner eine große Rolle spielte, ist allseits bekannt. Das wird von der existierenden Forschung bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, auch wieder gespiegelt. Aber das Gros der Forschung bis vor wenigen, bis etwa vor 15, 20 Jahren, das Gros der existierenden Studien, nimmt sich nun ausschließlich das Phänomen der frühen Neuzeit in den Blick und den europäischen Kontext. Dass bis weit ins 21. Jahrhundert Schweizer Soldaten im Dienst verschiedener Kolonialmächte im Übersee im Einsatz waren, ist erst eine relativ neue, es war bekannt, aber genaue Fakten und detaillierte Analysen haben wir erst in den letzten etwa zehn Jahren gewonnen. Hervorzuheben die beiden Publikationen, das sind verdankenswerterweise Schweizer Kollegen, die diese Grundsatzarbeit geleistet haben, nämlich Christian Koller mit seinem Buch über die Fremdenlegion und die hervorragende Studie von Peter Huber zum Fluchtpunkt Fremdenlegion. Wir wissen, dass bis in die 2000er Jahre irgendwas zwischen 60.000 und 80.000 Schweizer, also wirklich keine marginalen Zahlen, keine Quantité negligible im Diensten Frankreichs im Einsatz war. Natürlich immer zu den besonderen Flashpoints, den großen Kolonialkriegen in Indochina 1946 bis 1954 und dann quasi nahtlos in Algerien 1954 bis 1962. Ein Aspekt, der praktisch unbekannt war bis vor wenigen Jahren, zumindest in diesem Ausmaß, war, dass die Légion étrangère nicht der einzige Fall war, sondern dass große Zahlen, signifikante Zahlen von Schweizer Söldnern im Dienste des holländischen Imperialismus in dem Gebiet des heutigen Indonesien und teilweise auch in der Karibik im Einsatz waren. An meinem Lehrstuhl laufen zwei Dissertationen, beziehungsweise sind gerade abgeschlossen worden, die das Ganze nun tatsächlich sowohl quantitativ als auch qualitativ analysieren können. Und so wissen wir, dass zwischen 1815 und 1914 etwa 8.000 Schweizer Söldner im Dienst bei der Eroberung, bei der Sicherung, bei der Ausbeutung, bei Strafexpeditionen im Dienste der holländischen Kolonialobrigkeiten eingesetzt wurden. Schweizer, die oftmals fünf oder zehn Jahre im Dienst waren. Viele von ihnen überlebten den Einsatz nicht. Das war dann meistens öfter Krankheiten geschuldet als tatsächlich Feindeinwirkung, aber auch das kam in höherer Zahl vor. Und die dann oftmals noch für drei Jahrzehnte und länger Pensionen bezogen aus den Niederlanden. Dazu gibt es eine reiche Korrespondenz mit den Konsulen der eidgenössischen Regierung in Bern und den lokalen kantonalen Behörden. Also bis in die 1930er Jahre fließen hunderttausende Gulden als Pensionen weiter. Und in kleinen Regionen, sehr stark konzentrieren in der Ostschweiz, das eines der Hotspots war, spielt in kleinen Dörfern die große Weltpolitik und Kolonialismus eine bislang nicht wahrgenommene Rolle. Man könnte also argumentieren, auch das wäre das Argument, diese Imperien funktionieren nicht als monolithische nationale Unternehmungen, sondern gerade die kleinen Länder, Belgien, die Niederlande, die wenig demografische Ressourcen besitzen, rekrutieren in ganz Europa. Diese Kolonialarmeen sind paneuropäische Armeen, wenn sie so wollen. Und die wichtigen, also für ihre Größe, ihre bescheidene Einwohnerzahl völlig disproportional überrepräsentiert in diesen Unternehmungen. Das hat natürlich auch neben dieser militärischen, politischen und ökonomischen Dimension oftmals eine kulturelle und sehr stark menschliche Dimension. Sehr viele Schweizer Soldaten wie der Soldat Herbert Brandenberger, den Sie hier sehen, gehen vor Ort und sexuelle Beziehungen ein mit lokalen Frauen. Oftmals war das als Haushälterschaft deklariert, aber in einigen wenigen Fällen kam es tatsächlich dann auch zu Eheschließungen und nicht selten eben zu Nachkommen. Einige von ihnen versuchten dann auch in die Schweiz zu kommen. Eine frühe Geschichte der Migration von sogenannten Mixed Race Offspring, also Kinder, die aus diesen Verbindungen hervorgegangen sind, das fängt nicht erst an in den 1970er, 80er Jahren. Wir haben solche Fälle bereits Mitte des 19. Jahrhunderts in nicht ganz vernachlässigbarer Zahl. Das wäre eine Sache. Was Sie aber noch mitbringen, die Tatsache, dass es dieses Foto gibt, dass Tausende, Zehntausende von Briefen und Postkarten geschickt werden, wie im unteren Falle Sie vielleicht hier sehen können. Ich darf mich nicht aus dem Kreis bewegen, sonst würde ich Sie direkt aufmerksam machen auf diese schöne Zeichnung rechts unten, wo erklärt wird, wie die Landwirtschaft funktioniert auf Java. Also gewissermaßen diese Soldaten dienen auch als kulturelle Übersetzer, die zu Hause in St. Gallen oder im Appenzell erklären, wie die Welt in Indonesien aussieht. Auch das ist eine Dimension, die die lange Zeit völlig unsichtbar geblieben ist. Lassen Sie mich bei diesem schnellen Durchlauf weitergehen auf die, ja wahrscheinlich diejenige, die Subdisziplin in der historischen Zunft, die am ehesten bereit war, global zu denken und den nationalen Container zu verlassen. Das geht gar nicht anders. Als Wirtschaftshistorikerin hat man mit dem Welthandel zu tun. Wir werden oder Sie werden noch in den Genuss eines Vortrages von von Lea Haller kommen, die noch einmal diese globale Vernetzung der Schweiz in wirtschaftlicher Hinsicht dann im großen Detail erhellen wird. Wir haben sehr, sehr früh in 1932 ein Vorläufer, ein Buch von Richard Behrendt, der die Rolle der Schweiz im imperialen Weltsystem anprangert und von dem quasi diese Drittbrettfahrer oder des sich freunden dritten Metapher stammt. Dieser Zweig ist dann irgendwie versickert und es ist erst um das Jahr 2000, dass wir seriöse und empirisch grundierte Forschung besitzen über das tatsächliche Ausmaß und die Art und Weise der Verwicklungen von Schweizer Firmen und Banken in diesen Geschäften. Ganz spektakulär waren die Arbeiten zum Sklavenhandel, die in Lausanne durchgeführt wurden von den dortigen Wirtschaftshistorikern. Aber ich möchte, das ist eine der Dinge, vielleicht können wir nachher darüber diskutieren, die mich stört an der Debatte hier, dass diese Fixierung auf den Sklavenhandel, auf diese wirklich spektakuläre Spitze des Eisberges völlig übersieht, dass es ein sehr viel breiteres Phänomen ist und auch andere Aspekte Beachtung verdienen. Das haben die hervorragenden Arbeiten von Andreas Zanke und Christoph Dejung gezeigt, die etwa Christoph Dejung die Verwicklungen der Wintertourer Firma Volkart im Textilbusiness vor allen Dingen in Südasien und Ostasien dann aufarbeitet. Und wir sehen natürlich, dass man sehr stark ökonomisch profitiert hat, Hand in Hand mit kolonialen Behörden zusammengearbeitet hat, von den strukturellen Ungleichheiten, den asymmetrischen Machtbedingungen kolonialer Herrschaft profitiert hat, dadurch, dass man Zugriff zu billigen Arbeitskräften hatte und so weiter und so fort. Während Andreas Zanke vor allen Dingen das Plantagenleben von Schweizern in Südostasien wiederum im niederländischen Empire beleuchtet, wo wir also solche gemütliche Herrenrunden vorfinden, weil es eine signifikante Zahl von Schweizern gibt, die als entweder Vorsteher oder tatsächlich als Plantagenbesitzer Teil dieses großen Booms sind, ob es nun Zucker oder Kautschuk ist. Es gibt eine ganze Reihe von Schweizern, die dort mitgewirkt haben. Ja, kommen wir zum schönsten aller Berufe, demjenigen des Wissenschaftlers und der Ärztin. Und auch das ist natürlich ein Argument, das man ganz ähnlich führen könnte wie im Kontext der Wirtschaft. Wie Sie heute wissen, nicht diese ganzen Austauschprogramme, dass es völlig normal geworden ist, dass akademische Karrieren, sogar als Student man schon die Credit Points in mindestens drei verschiedenen Universitäten in drei Ländern sammelt. Das ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Wissenschaft funktionierte auch Mitte des 19. Jahrhunderts durchaus transnational. Akademische Karrieren waren Karrieren, die Grenzen weitgehend ignoriert haben. Das bot eine riesige Chance für Wissenschaftler, die sich einen Namen machen wollten, vor allen Dingen in den sogenannten Open-Air-Sciences, also Disziplinen wie Geografie, Geologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie etc. ist es natürlich wahrscheinlicher, dass sie mit ganz seltenen Schmetterlingen aus dem Kongo eine Professur kriegen, als wenn sie jetzt im Wallis noch eine neue Art entdecken. Das heißt, das Empire generierte Zukunftsmöglichkeiten. Jobchancen ließen sich dramatisch verbessern, wenn man auf diese Art und Weise als, quote-unquote, Trittbrettfahrer in verschiedenen kolonialen Kontexten unterwegs war. Und gerade Schweizer waren da sehr mobil, dass man teilweise mit deutschen Expeditionen in Südwestafrika und dann zunächst mal mit den Franzosen im Pazifik unterwegs war. Die überdurchschnittliche Sprachgewandtheit und Sprachkenntnisse in mehreren europäischen Sprachen half natürlich. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben auch hier eine disproportional hohe Zahl von hochkarätigen Schweizer Forschern, die diese verschiedenen Systeme mit ihrem Wissen unterstützt haben und dabei gleichzeitig das Fundament für ihre eigenen akademischen Karrieren in der Schweiz gelegt haben. Die Pionierarbeit dazu stammt von dem leider verstorbenen Kollegen Patrick Harris, der in Basel Professor war bis vor etwa sieben oder acht Jahren, als er emeritiert wurde und nun die Rolle von Schweizer Missionaren gewissermaßen als Hobbywissenschaftler in Südafrika aufgezeichnet hat. Und die bahnbrechende Arbeit von Bernhard Scheer, der also zwei Heroen der Schweizer Wissenschaftsgeschichte, die Cousin Sarrazin begleitet hat zu ihren Forschungsreisen nach Süd- und Südostasien und eindeutig nachweist, wie groß nun dort diese Verflechtungen mit kolonialen Agenten waren, dass also die ethnologischen Museen in Basel sehr stark geprägt waren von dem Wissen als auch von den sehr materiellen Mitbringseln von diesen Unternehmungen, die dann wiederum gleichzeitig von den britischen oder französischen Kolonialbehörden gerne für ihre Zwecke instrumentalisiert wurden. Zu erwähnen wäre, last but not least, auch die hervorragende Studie von Pascal Gehrmann, der nun die Schweizer-Zürcher Rassenforschung, die sogenannte physische Anthropologie, die an der Uni Zürich wirklich eine der Hotspots in Europa, Cutting-Edge Research. Und auch hier können wir das gleiche Phänomen beobachten. Man arbeitet mit verschiedenen imperialen Mächten zusammen und unter dem Schutz gewissermaßen dieser gesicherten asymmetrischen Verhältnisse lassen sich die Schädelmessungen dann auf Borneo oder in Südwestafrika durchführen. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, dass auch das ein sehr neuer Zweig, man denkt dann mit dem Ende des Kolonialismus oder mit dem Zeitalter der Dekolonisation ist auch dieses Phänomen zu Ende. Die Forschung, die sich im Umfeld der sogenannten Post-Development-Theory ergeben hat, seit den 1990er Jahren, dass man sehr kritisch auf Entwicklungszusammenarbeit beleuchtet und sie abklopft auf etwaige Kontinuitäten mit kolonialen Praktiken und Denkweisen und Mustern, hat einige interessante Studien zutage gefördert, die auch die Schweizer Beteiligung in solchen Unternehmungen sehr kritisch hinterfragen, wie etwa Lukas Zürchers Buch Die Schweiz in Ruanda, wo man eine sehr fragwürdige Vermengung von politischen Agenten und dieser Development-Mission feststellen kann. Sehr oft auch diese Kontinuität eines missionarischen Weltverbesserertums in einem Kontext, der dazu eigentlich nicht mehr passt. Ich würde Sie jetzt ganz ungern mit diesem Trockenschwimmkurs entlassen in die Diskussion, sondern Ihnen vielleicht eine Idee davon geben, wie die Quellen aussehen, mit denen solche Arbeiten geschrieben werden. Deswegen die Bitte, sich noch einmal 90 Sekunden zu konzentrieren und sich mit dieser Quelle auseinanderzusetzen. Das ist ein offizielles Schreiben eines Konsuls der Eidgenossenschaft in Saigon aus dem Jahr nicht 1863, sondern 1963. Vietnam wird stets heischen und nie etwas geben. Seine Rolle ist die eines unersättlichen Weibes. Wir müssen wissen, dass die Bevölkerung Südvietnams, wie die weiter Teile Asiens, noch weitgehend von Gefühlen, Affekten und Instinkten beherrscht wird und infolgedessen dem Denken der Reflexion kaum zugänglich ist. Was die psychische Verfassung und den Charakter der Bevölkerung betrifft, so kann das Volk als Ganzes genommen eher einem dumpfen, lehmigen Boden verglichen werden. Unter den Männern herrscht ein eher weiblicher Typ vor, während die Frauen männliche Züge tragen. Man kann sagen, dass überall, wo in Asien in den letzten 500 Jahren Fortschritt zu verzeichnen war, eher auf Europäer zurückzuführen ist. Ohne sie würden die Asiaten ihr dumpfes, vegetativ-primitives Leben weiterführen. Gut, es ist ja keine Lehrveranstaltung. Die Interpretation können Sie dann ganz privat vornehmen. Das können wir hier aussparen. Und ich verweise dann noch auf einige Publikationen aus diesem Umfeld, dass gerade diese Betonung mit überlegener Technologie und Technik Menschen zu helfen, die man als primitiv oder rückständig erachtet, sehr stark ausgeprägt ist bei Schweizer Formen von Entwicklungszusammenarbeit, wie einige Arbeiten über den Flugpionier Mittelholzer und Ähnliches dokumentiert haben. Wir sind leider, wie ein Blick auf die Uhr mir sagt, schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe Ihnen mit diesem kleinen Forschungsbericht ein wenig illustriert zu haben, was die Geschichtswissenschaft bisher zu Tage gefördert hat zu dieser Problematik. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir würden dann noch zu einer kleinen Fragerunde übergehen. Ihr könnt einfach die Hand heben und dann kommen wir mit dem Mikrofon vorbei. Vielen Dank für diesen Vortrag. Ich habe das erste Mal gehört, dass es weibliche Männer gibt und männliche Frauen. Hier bin ich die männliche Frau in der Schweiz. Zweitens, von naturhistorischem Denken her sind wir leider keine technischen Wesen. Ich wäre sehr froh, wenn die Wissenschaft endlich die Basis der Natur, Urvölker und die Erde als Nummer eins Priorität anschaut und die Technik nur als Mittel zum Zweck. Dann würde vielleicht die Priorität Armut nicht hier unten sein, sondern da oben. Die Frage ist, wie können wir die Menschheit und ihre Persönlichkeit retten im Technikzeitalter, weil es nicht bezahlbar ist, das Leben. Ja, vielen Dank. Also zur letzten Frage, wie können wir die Menschheit retten? Also ich glaube, wenn ich das wüsste, hätte ich einen anderen Job noch. Aber stellen wir es mal zurück. Was mich sehr interessiert hat, war Ihre erste Bemerkung mit den weiblichen Männern und männlichen Frauen. Das ist ein Klassiker von kolonialer Rhetorik. Dieses Absprechen von Männlichkeit gewissermaßen, was darunter ganz klar zutage liegt, ist natürlich ein Legitimationsanspruch, wo die Männer nicht wirklich die Hosen anhaben und irgendwie Flintenweiber das Regiment führen. Da hat man volle Legitimation einzugreifen und eine solide Ordnung einzuführen. Also so gesehen hätte genau dieses Zitat, könnte ich Ihnen in dutzendfacher Ausführungen, wie gesagt von 100 oder 120 Jahren früher aus dem britischen Empire, aus französischen Kolonialakten geben. Also ein wirklicher Klassiker. Noch einmal die Tatsache, die uns nachdenklich machen sollte, dass 1963, also noch ein Jahr vor der letzten Völkerschau in Zürich, ein im Dienste der Eidgenossenschaft stehender Diplomat in einem offiziellen Bericht solches Statements abgeben kann. Ich glaube, das verdeutlicht, dass die lange Tabuisierung oder die Amnesie, die einfach dieses Phänomen hat vergessen lassen, wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, und natürlich also genau wie man das leisten soll, aber ein Bewusstwerden dieser auch sehr problematischen unintended side effects, wenn Sie so wollen, der unerwünschten Nebenwirkungen von Technologie, Transfer und sogar solchen ja durchaus hehren Missionen wie Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit, dieses genau zu hinterfragen, kritisch zu durchleuchten, kann am ehesten helfen, dafür eine Sensibilität zu schaffen und auch den eigenen Wertekompass, den eigenen Wertekanon vielleicht ein bisschen in Frage zu stellen und andere Alternativen zumindest gelten zu lassen. Da wäre ich ganz d'accord. Ich glaube, hier war noch eine Frage. Vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen. Ich gehe mit Ihnen einig, dass da noch viel aufzuarbeiten ist, aber ich habe mich jetzt plötzlich auch gefragt, gibt es überhaupt noch eine positive Aktivität außerhalb des Mutterlandes oder wie sehen Sie das heute? Ja, ich glaube, das Ziel kann nicht sein, zu sagen, man sollte jedes Engagement außerhalb der Landesgrenzen verteufeln. Ich glaube, es ist einfach die Zeit, die Dinge kritisch anzuschauen und dann zu überlegen, welche Praktiken man tatsächlich für weiter unterstützenswert und förderlich hält und welche nicht. Das wäre auch, das ist immer etwas problematisch, also jetzt alle die Hunderte oder Tausende Schweizerinnen und Schweizer, die jahrelang in der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren, zu bashen und zu sagen, das ist alles Neokolonialismus. Es wäre genauso dumm und undifferenziert wie ein gegenteiliges Argument. Wichtig ist, glaube ich, dass man hinschaut, kritische Elemente erkennt und wir haben natürlich die ersten Ergebnisse, sehen wir insofern, dass ein solcher Ansatz, wie er noch aus unserer Quelle von 1963 spricht, wo ganz klar die Position verteilt ist, wer gibt und wer nimmt und warum diese Verteilung legitim ist, wäre heute nicht mehr denkbar. Das beste Beispiel ist, dass man ja auch nicht mehr politically correct von Entwicklungshilfe sprechen kann, sondern dass das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass es hier immer um Kooperation auf Augenhöhe gehen sollte. Und so gesehen, glaube ich, schadet es nicht und heißt auf gar keinen Fall, dass man alle Aktivitäten einstellen sollte. Ich habe zwei ganz verschiedene Fragen. Die erste Frage betrifft die Mission. Das haben Sie jetzt nicht explizit angesprochen. Gerade die Basler Mission 21 betreibt zu viel. Ich weiß ja sehr viel Selbstaufarbeitung. Da würde mich noch ein Wort dazu interessieren. Und ein völlig anderes Thema, diese kontroverse Debatte um Beschriftungen wie Mohrengasse aus Sicht eines Historikers. Da bin ich immer etwas ratlos. Ja, ja, schön. Also Missionen wäre natürlich noch ein weiteres Feld. Es kam hier in dem Beispiel der Amateurwissenschaftler, die Missionare waren. Das ist eine ganz wichtige Verbindung, gerade in der frühen Phase, im frühen 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert. Vor dieser Professionalisierung, wo dann wirklich trainierte Experten an den Universitäten, ausgebildete Wissenschaftler ins Feld gehen, spielen Missionare eine große Rolle. Sie spielen gerade bei der Basler Mission auch auf diesem wirtschaftshistorischen Feld eine große Rolle, weil sie natürlich ihre Missionsarbeit zum großen Teil auch mitfinanzieren mit lokalen Fabriken und Unternehmen, die ebenfalls auf die günstigen Arbeitskraft vor Ort zurückgreifen. Da sind einige Arbeiten im Gange. Ich glaube, die Mission 21 wäre also ähnlich wie mit der Entwicklungszusammenarbeit. Die Umbenennung von Basler Mission, die natürlich oftmals assoziiert wurde, auch mit den Schattenseiten dieses Phänomens Mission in Asien und Afrika. Die Umbenennung und die Öffnung der Archive und die Digitalisierung der Archive ist eine wirklich begrüßenswerte Maßnahme. Das ist nicht immer der Fall. Also wir haben durchaus auch Fälle, wo es sehr viel schwieriger ist, wo die Arbeit ... Also man könnte sagen, kurz gefasst, also wenn sich die Credit Suisse und ihre Vorgängerbanken an der Mission 21 ein Beispiel nehmen wollten, dann wüssten wir viel mehr auch über die tatsächlichen finanziellen Dimensionen dieser Geschäfte. Also so gesehen, das ist sicherlich auf einem zu begrüßenden Weg. Die zweite Frage, der Moor. Ja, also das braucht, glaube ich, eine Ent ... Obwohl ich natürlich Verständnis habe für Verletzungen und Emotionen von Gruppen, die sich provoziert fühlen durch diese Sache, glaube ich, hilft es da auch wirklich eine entemotionalisierte Debatte zu führen. Die Stadt Zürich hat sich entschieden, genau zu dieser Frage einer Historiker-Kommission einzusetzen. Das ist also Arbeit im Gange, wo nun versucht werden wird, das Ganze wirklich tatsächlich auch unter der Berücksichtigung von Feldern wie historischer Semantik. Also meinte der Begriff Moor 1498 wirklich genau das, was er bei uns heute auslöst und wie haben wir das einzuordnen. Also diese Sachen muss man wirklich in Ruhe betrachten. Und die Empfehlung wäre tatsächlich dann auch, was erstaunlich ist bei einem Land, in dem die Kapitalressourcen dann vorhanden sind, dass man sich nicht mit solchen kleinen Ad-Hoc-Kommissionen und Berichten von 50 Seiten zufrieden gibt, sondern auch willens ist wirklich Geld zu investieren, um seriöse Forschung zu produzieren. Und da kann man solche Fragen nicht in vier oder sechs Monaten klären, sondern da müssen mehrere Wissenschaftler kollektiv für drei, vier oder sechs Jahre dran sitzen. Das wäre, glaube ich, kein Luxus und die Schweiz würde sich damit sicherlich etwas Gutes tun. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe nur eine Frage. Es ist ja sehr spannend, wenn wir die medizinische Wissenschaft mit der Genetik verbinden, dann sind wir ja alle 99 Prozent Affenblut, 1 Prozent Homo sapiens und insgesamt kommen wir alle von Urbevölkerung schwarz ab, stammen wir ab. Wie wir zu weisen geworden sind, das steht noch in den Sternen, müssen wir noch beweisen. Also wer hier das oberste Volk ist, weiß ich im Moment nicht. Aber es wäre wirklich gut, wenn man das mal irgendwann in den nächsten 100 Jahren klären könnte, weil die Kolonialisierung nur auf Technik basiert und die Selbstreflektierung ist infrage gestellt, wenn wir nur in Richtung viele Zivilisationen sind erstanden und auch wieder verloschen. Wir können auch verlöschen. Ja, vielen Dank. Ja, das ist natürlich richtig. Also ich finde vor allen Dingen den Part, die 99 Prozent gemeinsame Affenerbschaft ist natürlich eigentlich eine gute Botschaft. Ich glaube nicht, dass das Ziel sein sollte, am Schluss ein bestehendes, sehr fragwürdiges Ranking, wer die oberste Rasse ist oder die edelste, mit einem anderen Ranking zu ersetzen. Sondern ich glaube, diese Botschaft, das erinnert so an einen alten Funk-Klassiker der 70er Jahre, We Are Family, wäre ja schon einmal eine, die eigentlich sehr positiv und sehr tröstlich ist. Wir können noch eine Frage. Hat es noch eine Frage? Haben Sie während der Untersuchung daran festgestellt, wer das probiert, ich sage jetzt mal unter dem Deckel zu halten, dass das nicht allgemein Wissen ist, dass man das nicht einfach im Publikum kennt? Weil wir reden da über etwas, was so immer schön gerne unter dem Teppich geraten wird. Ja, also wir haben sehr oft diese Reaktion, dass wenn man bestimmte Dinge anspricht, wird man oft angefeindet als Nestbeschmutzer. Für meine Schweizer Kolleginnen und Kollegen und ich als fremder Eindringling aus dem großen Nordkanton, der schon mal ganz die Klappe halten muss, weil über Fehlverhalten in der Vergangenheit sollte man sich als Deutscher besser nicht äußern. Solche Dinge, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Es wird also oftmals, und deswegen mein Appell, auf dieser emotionalen Ebene findet eine Abwehrreaktion statt. Wenn sehr tief eingeschliffene und oftmals sehr liebgewonnene Betrachtungen der Vergangenheit hinterfragt werden, dann schafft man sich damit nicht nur Freunde. Und das Beispiel war jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Tatsächlich einige Firmenarchive oder Bankenarchive reagieren wirklich abweisend und wollen diese Forschung verhindern. Ich glaube, das wäre ein Anliegen der Zukunft. Wir wollen auch hier, das ist der Plan für nächstes Jahr, eine große Tagung an der ETH durchzuführen. Nachdem man sehr viel über Denkmäler und Steine diskutiert hat, wäre das vielleicht wichtigere Ziel in Zukunft, diesen Komplex, ja immaterielle Relikte des Kolonialismus vor allen Dingen in der Wissenschaft sich anzuschauen. Und das wäre, glaube ich, eine Sache, die größere Beachtung braucht. Und dann hoffentlich in drei, fünf, sieben Jahren irgendwie durchsickert, dass das vielleicht tatsächlich die Leute im Schulcurriculum auch schon wieder finden und nicht völlig entgeistert in unseren Vorlesungen und Veranstaltungen sitzen und glauben, das haben Sie noch nie gehört, das kann noch nicht sein. Davon hat man in der Schule Ihnen nie was erzählt. Applaus 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 Applaus